Chiozori Shinoda 42 cm Lisei weiblich. Auch hier sehr schöner Glanz, komplett schwarze Flossen, sehr schöner Fisch. Haben wir gekauft als Tossei, haben dann aufgezogen. 42 cm ist ein gutes Maß, der war bis jetzt nur in der Innenhalterung mit den anderen. Die sind am kleineren Becken und die werden jetzt dann umgesetzt in größere Becken zum Wachsen.